Drogen gehen mal hoch und so wie Kubol Dippa, rassamte Ganoven. Hudi scheißt auf sein Talent, ist jetzt in Ares. Hä? War das Gian? Rassamte Ganoven, hudi scheißt auf sein Talent. Was ist mit Allesflauschig 2? Hahahaha! Ich hab's euch doch gesagt, neues Lied! Ist jetzt in Ares. Jederzeit ready, bitte. Ey, Digga, ich hab's euch gesagt, da kommt ein Lied und das ist auch ein Banger. Das ist auch ein Banger, ich hör das die ganze Zeit im Gym. Ich zeig ein bisschen, scheiß drauf. Ich zeig ein bisschen, Gian wird nicht sauer sein. Zwei Sekunden, Chat. Nur hier der kleine Teil. Hook. Alles Paletti, Kalash oder Nothammer und schickt Bala für den Frieden nach Rojava. Alles Paletti, schick Asylantennen, die Arbi hat Paket, bis dann Parifach. Alles Paletti, Rassam, Visatio, Mane, hier kommen zwei vierte Vattos mit Kurmanj, die erlegt. Geldmacher fütter J-Konsumenten, Schenplacker über Schiffe versenden, die gekritzel an Wände. Zitternde Hände, auf der Straße bis zum bitteren Ende. Boah, boah, wow, 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 Digga, es ist ein Banger, Bruder, es kommt ein Banger. Ich sag, das wird das Lied für Jim. Das wird dieses eine Lied für Jim. Oder für die Leute, die nachts unterwegs sind, so ein bisschen aufgehypt sein wollen. Banger Lied. Ja, es waren mehr als zwei Sekunden, aber es war nur die Hook quasi und ein bisschen von Gians Part.